Hallo, Glück auf und guten Morgen hier zurück zu einem neuen Update in Bezug auf die heutige und natürlich auch auf die morgige Wetterlage. Denn heute und morgen wird sehr wahrscheinlich, was Unwetter angeht, beziehungsweise was Starkregenfälle angeht, punktuell sehr viel passieren. Der Deutsche Wetterdienst hat hier eine Vorabinformation rausgeschmissen. Wir erkennen das jetzt hier auf der Karte, ja, in so einem Bereich von, ja, Südostbayern über Würzburg hinweg, dann Thüringen bis in das, ja, westliche, Quatsch, östliche Niedersachsen, Besuch nach Schleswig-Holstein, Hamburg noch mit. Und dann eben die ganzen östlichen Bundesländer, eine Vorabinformation vor schweren Gewittern mit punktuell über 50 Litern auf dem Quadratmeter und auch Sturmböen. Ja, gucken wir uns dann alles nochmal genau an. Diese Vorabinformation wurde gestern bereits rausgegeben und diese hier im Südwesten kamen noch neu dazu. Denn die Modelle haben die ganze Geschichte ein kleines bisschen seit gestern Abend in den neuen Berechnungen nach Südwesten gedrückt auch noch. Und dementsprechend hat der Deutsche Wetterdienst hier reagiert und auch eine neue Vorabinformation auch für diese Landesteile rausgegeben. Ja, ein Wort zu den Luftmassen, die uns hier gerade, ja, heimgesucht haben, ne. Ja, einfach mal für Freiberg, für meine Wetterstation hier mal kurz gesehen, Taupunkt fast 20 Grad Celsius, ja. Bei 22 bzw. 23 Grad Lufttemperatur, das ist extremst, die Luft ist zum Schneiden. Es ist kaum, also, ja, Sichtweiten würde ich sagen unter 10 Kilometer, also wirklich übel, ja. Und man kann das hier wunderbar erkennen, wie mit Süd- und Südost seit heute früh 6.45 Uhr ungefähr der Taupunkt mit der Temperatur immer weiter Anstieg, ja. Also, dort wurden richtig diese Gewitterzündstoffe in unseren Bereich hinein verfrachtet, ja. Könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken, wenn ihr möchtet. Hier oben fg-wetter.de, meine Website. Gut. Hier ein aktueller Blick auf den, ja, auf das Satellitenbild, auf das Aktuelle, ja. Wir sehen im Prinzip, wie die Luft steht. Es ist überhaupt kein richtiger Durchzug von irgendwelchen Wolkenpartien bzw. Fronten zu sehen. Also hier im Westen ein bisschen, aber ansonsten wabert das so hin und her und diese, ja, Wolken hier, was aussieht wie so ein Brand. Das ist kein Brand, das ist im Prinzip ein Gewitter, eine Gewitterzelle bzw. eine Konvektion, die sich immer wieder neu bildet und dann durch diesen leichten Höhenwind eben nach Norden hin, ja, weggedrückt wird, ja. Erste Auslöse gab es eben hier auch schon im Osten von Sachsen bzw. über der Niederlausitz und ein kräftigeres oder kräftigeres Gewitter im Norden hat sich eben auch schon etablieren können und das sehen wir hier, die Blitzaktivität nimmt hier aber aktuell schon ein kleines bisschen ab. Wie sieht es denn weiterhin aus heute am Tage, ja. Wir sehen ja die Vorhersage für den Regen bzw. die Niederschlagsintensitäten des französischen Regionalmodells Arumé, ja. Da können wir erkennen, wie heute schon, oben rechts, muss ich euch wieder sagen, ja, ist die Timeline. Zwei Stunden draufgerechnet haben wir die mitteleuropäische Zeitrechnung in der Sommerzeit, also quasi für 10 Uhr. Sprich, es sollte jetzt eigentlich schon anfangen, langsam über einem Erzgebirgskamm zu blubbern. Macht es bis jetzt noch nicht, aber wie gesagt, Arumé ist auch ein Modell, was gerne ein bisschen übertreibt, ja. Was man aber dennoch erkennen kann, dass sehr wahrscheinlich heute bei diesen Feuchtigkeitswerten, bei diesen Temperaturen, dass die Auslösetemperatur sehr, sehr schnell, gerade über dem Erzgebirge, durch die Orographie, durch das geringe, ja, Kondensationsniveau und die geringere Energie, die aufgebracht werden muss, um eine Wolke zum Aufsteigen zu bringen, ja. Dass gerade über dem Erzgebirge die Auslösetemperatur sehr, sehr, sehr schnell, ja, erreicht werden wird. Und dementsprechend die Gewitter dort auch sich entwickeln, nach Norden langsam ziehen und dann sich weiter formieren. Und natürlich dann an der Konvergenz, also Konvergenz nochmal, zwei verschiedene Windrichtungen prallen aufeinander. Es muss aufsteigen, es geht gar nicht anders durch den Aufstieg und so weiter, fällt der Druck und so weiter, ja. Wisst ihr, ja. Und dann, ja, weitere Verfrachtung eben der Gewitter, ja, Cluster, dann oben Richtung Elbe, so ein bisschen, ja, also obere Elbe. Ja, dann geht es weiter, dass im Prinzip das Abflauen der Gewitter gerade so gegen Abend eigentlich vonstatten gehen sollte, aber nur punktuell sich halten können. Das ist eben so eine verklasterte Zelle hier zum Beispiel im Norden und auch weitere verklasterte Zellen hier so in der Mitte, ja. Und natürlich auch dann im Süden, deswegen hat der Deutsche Wetterdienst eben auch eine Vorabinformation rausgebracht, weil über dem Schwarzwald sehr wahrscheinlich dann diese orographisch bedingten Gewittercluster eben auch hängen bleiben können, ja. So, und dann ist es eben so, dass in der Nacht zum Samstag die ganze Geschichte dann wieder neu aufkochen wird. Und wenn man hier mal genau hinguckt, ja, kann man über dem Osten so ein kleines Gewittertief sehen. Hier ist, hier muss man das Ganze abwarten, denn es ist so, durch diese Eindrehung, ja, werden Gewitterzellen gleiche Orte bei diesem fehlenden Höhenwind, gleiche Orte gegebenenfalls auch neu nochmal treffen können oder wiederholt treffen können. Und immer wieder an Punkt und Stelle sehr hohe Regenmengen können dort eben, wie soll ich sagen, ja, gebracht werden, ja. Und dann zieht das Ganze nach, ja, Osten raus, aber wie gesagt, das ist alles noch sehr, sehr unsicher, ja. Weil es ist eben dann auch so, dass wenn diese Konvergenz, beziehungsweise das Tiefdruckgebiet, was eben mit der Konvergenz hier einhergeht, ja, dass es eben nach Osten rausschiebt und da können wir erkennen, dass wir gerade hier dann im Nordstau des Erzgebirges am Samstag eben so einen Nord-Nord-West-Stau bekommen und dort kann es eben dann sein, dass auch Feuchtigkeit sich länger hält, Bewölkung sich länger hält, auch Regenfälle sich länger halten können. Aber das sind alles solche kleinen punktuellen Dinge, das ist so komplex, das kann man nicht vorhersagen. Das ist einfach so. Man kann es nicht vorhersagen. Aber der Modell-Output ist dahingehend schon ganz schön interessant. Hier nochmal ein paar Worte zum Taubpunkt seitens deutschen Modells Icon D2, ja, wir sehen hier oben wieder die Timeline und wir können erkennen, wie hier aus Osten eben diese schwülheißen Luftmassen reingezogen kommen, ja. Wenn wir nochmal die Cape-Werte uns zu Gemüte führen, können wir auch nochmal schnell machen, also der Gewitterzündstoff, ja, da kann man erkennen, wie das alles hier ins Rötliche geht, ne. Also da sind Cape-Werte von über 2000 Joule teilweise auf ein Kilogramm Luft dabei und das ist schon eine ganz schön explosive Luftmasse und dieses Gelbe, äh, dieses Blaue hier, ja, das sind schon die Gewittercluster, die dann eben diese ganze Soße aufzehren, ja. Und wie gesagt, muss man alles punktuell abwarten, wie sich das entwickelt. In Bezug auf den Höhenwind sehen wir jetzt nochmal die Windgeschwindigkeiten in 850 Hektoberskal bzw. 1500 Metern Höhe und das ist eben das Gefährliche. Wenn die Gewitter entstehen, werden diese punktuell sich abregnen können, da der Höhenwind in anderthalb bis fünf Kilometern Höhe gerade mal so um die 15 bis 20 Kilometer pro Stunde beträgt. Und bei diesen pulsierenden, äh, Gewitteraktivitäten kann dann eben immer wieder ein Ort von demselben Gewitter bzw. von einem Anbau an der Gewitterzelle, meinetwegen, getroffen werden und dementsprechend sind da auch diese sehr hohen Regenmengen sehr wahrscheinlich, ja. Es ist aber auch so, dass diese Gewitter eben am Anfangsstadium auch Hagel mitbringen können, wo dann eben auch Hagelansammlungen zusammenkommen können und auch Korngrößen von drei oder vielleicht zwei bis drei Zentimeter auch dabei sein können. Und dann ist es eben auch so, dass Sturmböen mit dabei sind, ja. 80 bis 90 Kilometer, kein Problem. Schauen wir uns gleich aber nochmal an, ja. Wie gesagt, erkennen, diese Winde sind sehr, sehr schwach, ja. Wie sieht es denn nun aus in Bezug auf das deutsche ICON-D2-Modell mit dem neuesten 6er-Lauf, ja. Ich will mich sehr kurz halten. Ich hoffe nicht, dass das jetzt hier unheimlich lang wird, aber manchmal ist es eben wirklich so, dass ich mich leider Gottes verquatsche. Das ist ein bisschen meine Schwäche. Ja, wir sehen das hier, ne. Gegen Mittag sieht ICON-D2 erst die ersten Auslöse. Und dann nördlich des Erzgebirgskammes, ja, hier in der Freiberger-Region. Würde, das ist typisch, ja. Man kann auch hinten schon am Erzgebirgskamm erkennen, die ersten Quellungen, seitdem ich das Video angefangen habe, waren noch keine am Anfang. Und jetzt kommen schon die ersten Cumulus hoch. Also, wie gesagt, das könnte dann schon bald losgehen. So, und dann haben wir gegen Nachmittag so ein Loch, wo nichts groß passieren könnte, laut diesem Rechenlauf. Ja, natürlich ganz gut. Aber das Hauptaugenmerk ist, ja, dementsprechend dann am Freitag, beziehungsweise am heutigen Abend in der Nacht dann zum Samstag zu sehen. Da wird nämlich das Ganze ein kleines bisschen nach Osten durchschwenken. Ich sagte das schon mit dieser Nord-West-Komponente dann, Nord-Nord-West-Komponente dann. Und dann wird es eben so sein, dass sich hier grobere Gewitter auch in der Nacht in Sachsen bilden können. Und dort ist eben dann, ja, könnte eine Stropoparty abgehen, ja, aber natürlich auch punktuell sehr hohe Niederschlagsummen. Das muss man wirklich beobachten, gerade an die Leute mit den Open-Air-Veranstaltungen. Da müssen eben dann die Radare im Auge behalten werden, ja. Und dann ist es eben so, wie gesagt, ja, Nord-West-Stau, beziehungsweise Nord-West-Stau eher Strömung dann mit Durchschwenken dieser, ja, Konvergenz, die dann am Samstagabend gar nicht mehr ein Wetter aktiv sein wird und alles dann zum Sonntag hin, Wetterberuhigung und rausziehen der ganzen Luftmasse. So, jetzt schauen wir uns nochmal die Niederschlagsummen an, laut ICAN-D2, ja. Wir erkennen hier, im Westen passiert so gut wie überhaupt gar nichts, ja. Dann ist es so im Südwesten eigentlich, man kann hier streuselkuchenartig über ganzen Bereiche eingrenzen, wo die stärksten Umlagerungen möglich sind, ja. Und man kann aber trotzdem erkennen, dass die Verklasterungen in Bezug auf die Konvergenz, ja, durch das Eindringen dieser kleinräumigen Tiefdruckgebiete, die dann da eben sind, ja, dass da eben punktuell gerade so ein Hotspot hier so im Osten des Landes sein wird. In der Linie von Sachsen über Sachsen-Anhalt bis nach Brandenburg, ja, und dann auch oben Richtung Meckpum, ja. Also dort sind teilweise wird ein Modell-Output von über 100 Litern auf den Quadratmeter ausgespuckt, ja. Und hier das ganze Linie, das sind auch mal 150 Litern auf den Quadratmeter. Also wie gesagt, das muss dort punktuell nicht so kommen, aber es ist eben so, der Modell-Output gibt es eben her und dementsprechend ist dieses Potenzial dieser Wetterlage auch so, ja, markant, muss man schon sagen. Es wird auch untergeben, da wird überhaupt nichts passieren, ja. Da wird es trocken bleiben oder es regnet nur ein kleines bisschen, ja. Ja, und drei Kilometer weiter noch nicht mal Land unter und so weiter, ja. Also Überschwemmungen durch Fels, äh, Quatsch, nicht Fels, sondern Feldabgänge beziehungsweise, ja, Flashplatz von Feldern her, ja, die dann durch irgendwelche Bauernhöfe durchpreschen oder alles andere, ja. Also in Großstädten zum Beispiel Unterführungen für Autos und so, ne. Also dort nichts abstellen. Ja, dementsprechend das nochmal. Aber jetzt nochmal, ja, man sieht es eben im Prinzip das in Bezug auf das Regionalmodell-Icon, ja. Und dann sieht man eben das Globalmodell. Halt, das wollten wir noch machen. Hier die Windböen nochmal, ja. Wir sehen hier die Windböen bei den Gewitterzellen. Das Gelbe, das sind schon 80 bis teilweise 90 Kilometer pro Stunde schon mit möglich, ja. Das wollte ich euch noch dazu einfach nochmal sagen. Das Modell ist eben entscheidend, ja. Und jetzt sehen wir eben hier die akkumulierten Niederschlagssummen bis Sonntagfrüh, ja. Ja, und diese Fläche hier soll im Prinzip das hier darstellen, ja. Es ist aber so, durch die Auflösung wird es natürlich auch so sein, zum Beispiel werden hier auch 94 Liter ausgespuckt, dass in diesem Muster, in diesem Raster von den 94 ein Ort trocken bleiben kann und in einem anderen Ort haut es eben 100 Liter runter, ja. Aber diese Auflösung dieses Globalmodells ist eben sehr grob und dementsprechend wird das hier geklettet. Das mal als Hintergrund. Und das ist im Prinzip Icon, man sieht den Hotspot, ja, im Osten des Landes Richtung Südwesten gehend, aber vor allen Dingen dann so um Berlin rum bis nach Meckbom mit ordentlichen Regensummen. Bis Sonntagfrüh, also keine 48 Stunden. So, dann haben wir GFS nochmal, ja. Ein bisschen abgespackter die ganze Geschichte, ja. Also nicht so fett reingegangen wie Icon zum Beispiel, aber dennoch ein Hotspot hier im Osten mit so 30, 40, auch mal 50 Liter. Und wie gesagt, wir brauchen hier punktuell nicht gucken. Das ist einfach nicht vorhersagbar, wo das heute passiert. Der Bereich ist einzugrenzen und mehr nicht auf die möglichen Gefahren hinzuweisen. So, dann haben wir hier ECMWF, auch wieder den Hotspot hier im Osten. Also ihr seht schon, es wird hier was passieren heute und morgen, ja. GEM, die Kanadier, auch wieder den Hotspot hier im Osten. Und zu guter Letzt, Aperge, ja, die Franzosen wieder sehr offensiv mit teilweise über 120 Litern hier in Nordsachsen bis Berlin hoch. Ja, das ist schon ganz schön fett, aber kann ich mir. Gut, okay, ich weiß nicht, wie das Modell, muss ich ehrlich sagen, dahingehend auflöst. Vielleicht nimmt es diese Peaks raus und glättet die Peaks, dass man quasi immer wieder das Lilane eher sieht, ja. Ja, das könnte ich mir vorstellen, dass das nicht so ein bisschen, dass da irgendein kleiner Modellfehler drin ist, ja. Aber es ist eben schon so, dass die Wahrscheinlichkeit für solche Regenmengen eben heute punktuell gegeben sind. Gut, das sollte es dazu gewesen sein. Ich bedanke mich natürlich nochmal für euer Feedback für die vergangenen Tage und Wochen, ja. Ich freue mich natürlich, dass sehr viele Leute auch zu mir gefunden haben. Hier gibt es seriöse Wetterberichte, hier wird keine Panik geschoben. Und dementsprechend denke ich auch, dass ihr damit auch zufrieden seid, was ich hier mache. Mir macht Spaß, euch das zu erklären und zu zeigen. Deswegen werden die Videos auch manchmal ein kleines bisschen länger. Gut, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Radare im Auge behalten und etwaige Zugrichtungen abschätzen, ja. Natürlich auch nicht bei Blitzschlag und Nahentschlägen draußen rumspringen und, ja, sich im Schulanfangszelt begießen, ja. Gefährlich. Gut, das sollte es gewesen sein. Ansonsten ein schönes Wochenende. Ciao, wenn man will, bis später.